Zu beneiden dieser Mann. David Bowie hat 1999 exakt das gemacht, was er 1999 machen wollte. Und das hat er gerade vorgestellt. Mit allem Remborium, das dazugehört. Eine neue CD, samt Konzert, gestern Abend, Pressetermine und und und. Das Ganze übrigens in Paris. Ach ja, den französischen Kulturorden, den hat er gestern gleich noch obendrauf gekriegt. Ich hatte auch so einen Pressetermin. Auf die Sekunde genau 10 Minuten. Bowie sah natürlich überhaupt nicht aus wie 52. Löchrige Klamotte, Zottelhaar und so. Und trotzdem scheint er irgendwie zahm geworden. Image als Chamäleon der Trends? Provokateur? Nö, interessiert ihn alles nicht mehr. Seine Party gestern, nach dem Konzert schon eher. Da durfte aber keine Presse rein ins Man Ray, die Edeldisco. Dafür kriegen wir sein neues Video zu sehen. Hier ist es. Dem reichsten Popmusiker Großbritanniens 1,6 Milliarden Mark schwer ist der Erfolg Schnuppe. Und Trends eigentlich auch. Tja, hören Sie selbst. Was für ein Gefühl ist es eigentlich, 31 Jahre am Stück mega Erfolg zu haben? Wie verändert sich dabei eigentlich die Sicht der Welt, die Einschätzung? Oh, ich glaube, ich habe dieselbe Weltanschauung wie alle 53-Jährigen. Ich befürchte, da gibt es bei mir nichts Besonderes zu berichten. Jetzt sind ja immer wieder Trends. Haben Sie dafür sozusagen schon einen achten Sinn entwickelt? Ich kenne mich mit Trends irgendwie überhaupt nicht aus. Ich arbeite einfach mit den Dingen, die ich am liebsten mag. Ich befürchte, die Musik und die Kunst, die mir gefällt, liegt ein wenig außerhalb des Massengeschmacks. Ihr neues Album, Hours, konnten die Fans zwei Wochen vorher Schein aus dem Internet runterladen. Wie viele haben es eigentlich gemacht? Ich glaube, einige hundert. Nur? Ja, wir hatten ursprünglich maximal 100 Interessierte erwartet. Ich hatte schon im Vorfeld gesagt, dass wenn es wirklich 100 würden, die Aktion ein voller Erfolg wäre. Denn man muss sich einmal vorstellen, dass der komplette Ladevorgang satte fünf Stunden dauert. Um also das ganze Album von der ersten bis zur letzten Note herunterzuladen, benötigt man auch das entsprechende Equipment. Und das haben nur wenige. Sie gelten ja als Mann der 100 Gesichter. Schon in den 70ern wechselten Sie Ihr Image wie ein Chamäleon. Welche Identität kommt Ihnen heute am nächsten? Inzwischen schlüpfe ich nicht mehr in unterschiedliche Charaktere. Ich habe irgendwann in den 80ern einfach damit aufgehört. Jetzt hoffe ich, dass ich echt rüberkomme, wenn das überhaupt als Künstler und Entertainer möglich ist. Iman, der Name Ihrer Frau bedeutet Magnet? Oh nein, sie ist wirklich kein Magnet. Und ich habe auch nicht gewusst, dass das die Bedeutung des Namens sein soll. Der Name kommt aus dem Arabischen und heißt einfach eine ganz besondere Persönlichkeit. Man muss wissen, dass sie seit Generationen die erste Frau ist, die ihrer Familie vorsteht. Und das macht sie eben zu einer besonderen Persönlichkeit. Sie kennen vielleicht den deutschen Schriftsteller Hermann Hesse. Der schrieb mal folgende Zeilen. Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Danke, dass ich diesen Gedanken mit Ihnen teilen darf. David Bowie kommt nach Paris. Georges Moustaki reist ab.